Euch und Ihnen allen einen herzlichen Gruß aus dem Alpenberger Dom. Mein Name ist Wolf Müller, ich bin der katholische Dom-Organist und werde Ihnen jetzt unsere wunderbare Gleisordel in einem schönen englischen Stück präsentieren. Das heißt Festival Toccata, also ein festliches, bewegtes Stück von Percy Fletcher. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020